Lieber Roland Hartwig, hallo, es ist gerade ziemlich spät und weißt du, was ich gerade mache? Ich habe gerade dein Video mir angeguckt, dein Bewerbungsvideo für den Bundesvorstand und ich muss sagen, das hat mich so tief berührt, ich muss einfach was dazu sagen. Film ab! Liebe Zuschauer, ich heiße Roland Hartwig, bin 65 Jahre alt und parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion in Berlin. Ich heiße Hans-Jörg Müller, bin 51 Jahre alt und auch in der Bundestagsfraktion in Berlin. Ich habe fast 33 Jahre in einem Weltkonzern mit Sitz in Deutschland gearbeitet und dabei das Unternehmen zusammen mit über 1000 Mitarbeitern weltweit in allen rechtlichen Angelegenheiten vertreten und verteidigt. Tolle Lebensleistung, Roland, Hut ab! Eigentlich wäre jetzt nach einem langen und harten Berufsleben die Zeit gekommen, die Hände in den Schoß zu legen und den Ruhestand zu genießen. So, jetzt bist du bei uns aufgetaucht, in Berlin, Roland. Doch das ist nicht mein Weg. Ich habe fünf Kinder und ich kann nicht einfach nur zuschauen, wie unser Land untergeht. Deshalb bin ich bereits im Mai 2013 in die AfD eingetreten. Irgendwann einmal werden uns unsere Kinder und Enkelkinder fragen, wo seid ihr damals gewesen, als es um alles ging, um unsere Freiheit, unsere Demokratie, unseren Wohlstand, unsere Zukunft. Und da möchte und werde ich sagen können, ich war auf der Bühne. Wir waren auf der Bühne, lieber Roland. Alle zusammen. Ich kandidiere Ende November auf unserem Parteitag in Braunschweig für ein Amt im Bundesvorstand. War das jetzt eine Drohung? Ich habe in meinem früheren Berufsleben gelernt, strategische Ziele zu setzen und zu erreichen, Menschen zu motivieren und zusammenzuführen. Also, Ziele zu erreichen, Organisationen zu führen, okay. Aber Menschen zu motivieren? Organisationen aufzubauen und sich durch keinerlei Rückschläge aufhalten zu lassen. Genau dieses Wissen und diese Erfahrungen will ich jetzt auch in unseren Bundesvorstand einbringen. Und wir haben nicht mehr viel Zeit, um unser schönes Deutschland zu bewahren, so wie wir es kennen und lieben. Drei große Tsunamiwellen sind über unser Land hereingebrochen. Multikulturalismus, Globalisierung und zunehmende Islamisierung. Und die vierte Tsunamiwelle. Der Hartwig. Das ist der Beste. Die innere Sicherheit geht verloren. Die Sparer werden durch Nullzinsen und Inflation jeden Tag gebraucht. Dafür werden wir ausgegrenzt, verunglimpft und mit allen Mitteln bekämpft. Von den anderen Parteien, den Medien, Gewerkschaften und Kirchen. Tja, und manchmal auch intern. Wir können in diesem Kampf nur dann erfolgreich bestehen, wenn wir uns thematisch breit aufstellen, um viele Wähler an uns zu binden. Und wenn wir geschlossen sind. Ja, nee, geschlossen ist gut. Aber die Frage ist halt auch immer, um welchen Preis. Die AfD, an die ich denke, ist eine Volkspartei, die verschiedene Strömungen in Einklang bringt und unter einem Dach vereint. Nationalkonservative genauso wie marktliberale und soziale Patrioten. Passt, da sind wir uns wirklich einig, lieber Orlan. Gut so. Aber diese Strömungen müssen jederzeit fair und sachlich miteinander umgehen. Ja, eben, fair und sachlich. Politische Ziele müssen gemeinsam erarbeitet und dann von allen getragen werden. Wir dürfen uns nicht immer wieder gegen uns selber stellen. Wir und nur wir bestimmen, wer zu uns gehört. Nee, das war jetzt ein toller Lerneffekt. Nicht mehr ich, sondern wir. Top Roland, weiter so. Gut so. Wenn wir das schaffen, und wir werden es schaffen, werden wir unserer historischen Verantwortung für Deutschland gerecht. Und dann kann uns keiner mehr aufhalten. So, lieber Roland, wir kennen uns natürlich auch ganz gut aus Berlin. Also, ich ziehe den Hut vor dir. Wie du dich darstellst in deinem Video. Und wenn man dich da wirklich kennt. Also, das hat bei mir echt für Lacher gesorgt. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020